Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es wieder eine Reaction zur Dark Souls Story. Shiva the Traitor. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich werde es rausfinden. Es wurde darüber gesprochen, über eine kursete Wege, für einen Geist in einem entfernten Land. Es nennen sie die Makoto, eine kursete Katana, die Chaos-Blade. Es ist gesagt, dass, wo die Blade die Haut befindet, wird sie in eine Wunde, die nie heilt. Es ist eine kursete Wege, die die Wielder' Lebensenergie verbringt, die den Wielder mit seinen Feindern erzeugt. Aber insofern sind die Krieger die Schmerzen für die Schmerzen, hoffen, dass sie einfach durch ihre Hände übernommen werden. Hoffen, dass sie sie länger halten können, als die, die vor ihnen kamen. Okay. Okay. Ist es nicht so, dass du art new? Thou fared well to find me. Ich bin Alvina of the Darkroot Wood. Ich commande a clan of Hunters, who track down Defilers of the Forest Graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. The Forest Hunters protect the graves of the Forest. We follow Alvina without question, and reap rewards from the grave robbers who trespass. Hunt and kill as you like. Whoever's fastest gets the prey. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Ah, did you notice that one? Sharp eyes? He is one of the clan. From the East. Like myself. Okay, der scheint irgendwie in diesem Waldgebiet irgendwer zu sein, wenn man mit der Katze was anstellt. Mit dem Eid wahrscheinlich von der Katze. Always slinking in the shadows. But he is a tough one. You will see what I mean. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. The Hunters are like a brotherhood, except when it comes to the kill. There are little in the way of rules, and the Hunters fight for their own reward. Perchance hast thou met Shiva, a lad cometh from the Far East, strong of arm, now a clan leader of ours. And yet, still I feel that boy hides something, of that I am certain. Small fear that he will use us badly, yet on guard we must stay. Most do not stay long within the forest. There are worse things in Lordran than a few grave robbers. And Alvina knows this. However, once you leave the forest covenant, you mustn't return. You gain some skill in the forest, and it helps defend yourself against the hostility of the world. But an adventurer needs a good weapon most of all, since steel can never betray you. Hello again. Strange to meet away from the clan and the forest. But while you are here, how about some equipment? I love collecting these things. But I can only keep so many. And, you know, you are a friend. I'll sell them cheap. Have you heard of Chaos Blade? The legendary sword of the ancient undead master Makoto. Its blade a swirling vortex. I heard it's somewhere around here. But I can't find it. It's all I could ever wish for. I'll do anything to have it. I feel as though the blade was originally supposed to be found past Blighttown, hidden somewhere out of man's destructive reach, deep within Isoleth, untouched by the demons that spawned when the first flame was replicated. The chosen undead finds the Chaos Blade and leaves Blighttown. But you do not go unnoticed. Why? Look at you. Just wait, will you? Your sword. Is it not the Chaos Blade? I've been searching for her for ages. I beg of you. And I promise repay you. Will you give the sword to me? Quite alright. I cannot blame you. The blade is yours, after all. So, I will do the honorable thing and kill you for it. Don't you run away. Be still, you rat. Okay. Er kommt aus dem Wald und will dann die Chaos Klinge haben. Und verrät einen dafür auch. Wenn ich das im zweiten Durchlauf gewusst hätte, hätte ich ihm die Klinge vermutlich gegeben, um zu gucken, was passiert, weil ich die Chaos Klinge dann nicht mehr so arg benutzt hab. Weil die einem ja selber auch ein Leben abzieht, wenn ich's noch richtig im Kopf hab. Ja, ziemlich sicher, mit jedem Hit. Ja, ich würde es nicht sagen! Ich würde es nicht sagen! Klien Włoch auf den Weg kommen! Ich werde es nicht sagen! Ja, ich würde es sagen! Ich werde es nicht sagen! Wann kommt ihr? Ich werde es nicht sagen! Ich werde es nicht verletzen! Pachtets von Klinge! Das ist nicht so wichtig! Sie sind eine Art Wachstuch! Don't you ever come round again. The Black Eye Orb is a tool of revenge. It leads you to the Painted World, where Shiva hides with his prize. Have a look at my sword, for it's the last thing you'll see. Red, the colour of blood. After defeating Shiva, the blade is yours once again. But perhaps it's better, that you leave it here, in a place created for creatures and things that have no real place in the outside world. Lest it be discovered again. Ich vermute, dass, wenn man ihm die Klinge gibt, gibt es das überhaupt als Option, dass ich sie ihm geben kann? Ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich ja doch nochmal zu Dark Souls 1 zurück. Habe ich, glaube ich, in der letzten Reaction auch schon gesagt. Mal gucken. Mal gucken, wie es dann ist, wenn ich mit allem fertig bin. Es steht ja noch einiges auf dem Plan. Bis dahin. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.